Willkommen zu Jury Experience und heute will ich mit dir über Verschwörungstheorien sprechen. Ungefähr vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr ungefähr dazwischen, habe ich oder bin ich zu einem Geburtstag einer guten Freundin von mir gegangen. Und ich war auch nicht alleine, es gab ein paar Menschen, nicht zu viele, ihr wisst schon, Corona. Und wir haben über Impfung gesprochen. Was damals ein interessantes Thema war, es ist leider immer noch ein interessantes Thema, aber ja, wir haben das besprochen. Und irgendwann haben wir angefangen darüber zu sprechen, dass es eine Theorie gibt, dass Bill Gates entwickelt die Vakzine oder die Impfung nur dafür, damit er Menschen mit Chips versorgen kann, dass jede Person einen Mikrochip bekommt. Und eine Person, eine Freundin von mir hat dann in die Runde gefragt, wie können die Menschen an sowas glauben? So, diese Person, ihre Eltern sind Ärzte, sie selbst arbeitet im wissenschaftlichen Feld. Deswegen, ich kann die Frage verstehen. So, wie kann man an sowas glauben? Das ist doch... Ich bin der Meinung, dass meine Antwort von damals war nicht so schlecht. Und dementsprechend will ich die heute auch mit euch teilen. Und wenn ich schon darüber sprechen will, dann spreche ich auch insgesamt über Verschwörungstheorien. Was sind Verschwörungstheorien? Und wieso existieren die immer noch? Wieso glauben Menschen an die? Und wieso mögen die Menschen die auch so sehr? Lass uns darüber sprechen. Aber bevor wir es tun, das ist Juri Experience. Ich bin Juri und hier teile ich meine Meinung über verschiedenste Themen. Heute ist einer der typischsten Fälle. Ich teile meine Meinung über Verschwörungstheorien. Und auch ein paar Tatsachen dazu. Und ich mache zwei Videos pro Woche. Beide Videos sind cool, in meiner Meinung. Und montags und dienstags... Montags und donnerstags bekommen sie zu sehen. Was noch? Wenn dir das Video gefallen wird, bitte drückt den Like-Button. Ansonsten kannst du auch gerne den Kanal abonnieren. Und lass uns mal anfangen. Wir fangen bei der Definition an, weil meiner Meinung nach die Definition immer wichtig ist bei der Anfang einer Konversation. Und Verschwörungstheorie ist eine Theorie, die eine Verbindung zwischen einem Ereignis oder einer Entwicklung und einer bösen Gruppe der Menschen aufbaut, die in eine Verschwörung machen, in eine Verschwörung haben, an irgendwelche Verschwörungen teilnehmen. Ja, ich glaube, das reichen Wörter. Und diese Gruppe kann komplett verschiedene Hintergründe haben. Diese Gruppe kann an eine politische Bewegung glauben, an irgendwelche ökonomische Meinung, ökologische Meinung, Umwelt, Kultur, Religion, Status, was auch immer. Zu jeder dieser Kategorie gibt es eine Verschwörungstheorie, mindestens eine. Ich glaube, eigentlich sogar mehr als eine. Was verbindet alle diese Theorien? Und es gibt verschiedene Sachen, die alle verbinden. Ich werde heute drei erwähnen und die Sache Nummer eins, diese alle Theorien sind Hypothesen. Und eigentlich an sich alle Theorien, auch in Wissenschaft sind Hypothesen, aber diese Hypothesen kann man nicht so richtig beweisen. Also der gesamte Sinn von Wissenschaft ist, Experimenten zu machen und Theorien zu beweisen. So man macht eine Hypothese, man schreibt daraus eine Theorie und dann irgendwann macht man ein Experiment oder Forschung oder sonst was und dadurch beweist man die Theorie und beweist man, dass diese Hypothese gut ist. Bei den Verschwörungstheorien ist das Problem die Tatsache, dass man kann die nicht beweisen, man kann die nicht nachweisen. Es geht einfach nicht. Man kann die aber natürlich dementsprechend auch nicht widerlegen. Wieso nicht, werde ich gleich erzählen, aber es gibt nichts anhand von was man diese Theorien beweisen kann. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt oder zu der zweiten Sache. Es gibt nicht genug Nachweise, es gibt nicht genug Beweise, es gibt nicht genug Gründe zu glauben, dass diese Verschwörungstheorie wahr ist. Und das ist tatsächlich das, was die meisten Verschwörungstheorien verbindet. Es gibt einfach keinen Weg, das zu beweisen. Es gibt öfter gar keine Information dazu, die das nachbeweist, auf eine Art und Weise. Oder diese Information ist sehr, sehr niedrig qualitativ. Also, eine Person hat irgendwann was gesehen und irgendwann was gehört. Von Qualität her ist das tiefer als der Boden. Also halt gar nicht gute Information. Gar nicht. Und das Letzte, was ich in diesem Video erwähnen werde, alle diese Theorien sind nicht wahrscheinlich. Und das ist das, was eigentlich ziemlich interessant für mich ist. Und die meisten dieser Theorien bereiten alle eine einfachere Antwort vor. So, für etwas sehr Kompliziertes sagen sie, das ist doch so, das ist doch so einfach. Und obwohl es so einfach ist, ist es komplett unwahrscheinlich. Das ist so, das ist das, was geht gegen einen halt philosophischen Gesetz. Öfter ist es tatsächlich so, dass wenn etwas einfach ist, dann ist es auch höchstwahrscheinlich richtig. Aber im Fall der Verschwörungstheorien ist es eindeutig nicht so. Im Fall von Verschwörungstheorien gehen sie im Bereich von Unwahrscheinlichen. So, das ist der Grund. Obwohl sehr viele wahrscheinlichere Sachen der Grund sein könnten. Manchmal sind sie komplizierter als diese, manchmal sind sie sogar tatsächlich einfacher von der Erklärung her. Was ist so gut an Verschwörungstheorien? Die bringen Absoluten. Die arbeiten mit Emotionen der Menschen und begeben denen irgendwelche Absoluten, so irgendwelche absolute Werte. Das ist hundertprozentig so. Und das ist problematisch. So, was sie machen öfter, sie nehmen irgendwelche Halbwahrheit oder eine Lüge und sie ziehen so stark die auseinander, dass man irgendwann glaubt, das ist Wahrheit. Weil es so oft zum Beispiel wiederholt wurde, irgendwann wird etwas zur Wahrheit, wenn du das hundertprozentig selbst im Spiegel sagst. Einige Sachen, du wirst zumindest an die glauben. Bleiben wir dabei. Aber was die Sache noch besser macht, die meisten von diesen Theorien ist sehr, sehr, sehr kompliziert zu widerlegen. Zumindest auch in einer Art und Weise, welche beide Seiten befriedigt machen würden. Und es gibt dann verschiedene Faktoren. Heute werde ich zwei erwähnen. Und der Grund Nummer eins, Wahrscheinlichkeit. Dadurch, dass eine Verschwörungstheorie, die eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit mit sich bringt, ist es kompliziert, dir zu widerlegen, weil die meisten Sachen in diesem Leben, in unserem Leben, keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit haben. Es gibt eine Geschichte, die ich persönlich aus dem Manga kenne. Aber ansonsten glaube ich, es gibt auch irgendwelche besseren Namen dafür. Wenn du einen Namen dafür hast, dann schreib es auf, bitte in den Kommentaren. Das wäre für mich tatsächlich interessant. Es ist etwas wie Beweis der Existenz eines Dämons. Der böse Mann aus der Hölle. Existenz davon. Man könnte eine These machen, dass diese Dämon existiert. Und man könnte sagen, ja, prüfe doch, dass ich falsch liege. Und dementsprechend, um das zu widerlegen, um zu prüfen, dass diese Person falsch liegt, musst du überall auf der Erde, bestenfalls, gleichzeitig gucken. Und dann kannst du sagen, okay, Dämon existiert nicht. Aber da die meisten von uns das nicht machen können, ich gewüsste zumindest keine Person, die das machen könnte, dadurch, dass es so ist, ist es unmöglich, diese Theorie von Existenz dieses Dämones zu widerlegen. Ist das nicht möglich? Es ist nicht so. Ich glaube, das wird vor Gericht benutzt, wo die Person, die andere Person anklagt, muss es beweisen, dass diese Klage auf etwas basiert und nicht, dass die andere Person muss beweisen, dass sie nichts Falsches gemacht hat. Ich glaube, so ist das ungefähr. Aber was für dieses Video wichtig ist, Im Prinzip ist jede Verschwörungstheorie dieser Dämonenbeweis oder Nachweis, was auch immer. Weil du kannst sagen, was du willst. Du kannst sagen, grob gesagt, dass außerirdische Wesen auf der Erde schon längst leben und menschliche Haut anziehen und so rumlaufen. Um es zu widerlegen, musst du jede einzelne Person aufschneiden und nachgucken, dass es nicht der Fall ist. Und dann noch überall auf der Erde gucken und beweisen, dass es noch keine andere Wesen gibt, die das machen könnten. Dann widerlegst du diese Theorie. Ist das möglich? Nein. Bitte tu es auch in diesem Fall nicht. Wenn ich darüber nachdenke, das wäre tatsächlich ziemlich gruselig. Auf jeden Fall tu es nicht. Aber worauf ich hinaus will, es ist nicht möglich, diese Theorie zu widerlegen. Dementsprechend kann die Person sagen, was sie will. Sie kann sagen, es ist doch so. Du kannst es doch nicht widerlegen. Dann ist es so. Ich glaube, der andere ist ja so. Erstmal dann mein Leben einfacher. Und der zweite Grund ist Kombination meiner Meinung nach aus zwei Sachen. Das ist Cherrypicking. Ich werde gleich erklären, was es ist. Und einfach ignorieren von bestimmten Menschen, weil diese Menschen nicht zu der Agenda passen. So, ich will fangen mit dem letzten Punkt an. Was öfter Menschen machen, die an Versprungstheorie glauben, sie sagen, okay, wenn diese Person versucht, diese Theorie, meine Theorie zu widerlegen, dann gehört diese Person zu dem Bösen. Wenn ein Wissenschaftler sagt, dass ich Unrecht habe, dann ist diese Person in der einen Clique mit dem da. Er ist gegen mich. Oder wenn die Person die Geschichte lernt, wenn die Person, die etwas von ihm etwas weiß, oder egal welche Person, und die sagt mir, ich habe Unrecht, dann ist diese Person mit diesem, mit dem Bösen. Aber soweit eine Person sagt, dass ich möglicherweise recht habe, ja, natürlich. Verständlich. Ist doch wahr. Das Beispiel hier wäre Vakzination. Also, allgemeine Idee davon, dass man Impfung zu mir kritisch ansehen soll, ist eine vernünftige Idee. Das ist noch keine Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie ist zu glauben, dass es eine Kooperation zwischen verschiedenen Menschen gibt, oder eine Gruppe der Menschen gibt, die das alles führt, und die Arbeit von welchen dazu führen wird, dass wir alle sterben in einem Jahr, dass wir Mikrochips bekommen, dass sie uns alle nur ausnutzen wollen. Ich meine, im bestimmten Sinne wollen sie uns ausnutzen, aber es ist meiner Meinung nach ein bisschen einfacher. Das ist banale Gier. Ja, also diese Idee davon, dass es eine Gruppe der Menschen gibt, die uns sehr, sehr böse ausnutzen wollen, das ist eine Verschwörungstheorie. Und dann, wenn eine Person kommt, ein Wissenschaftler, ein Arzt, ein was auch immer, der sagt, wisst ihr was, Vakzinen oder Impfung ist gut. Wir haben es sehr gut getestet, wir wissen es, es ist gut. Wenn eine Person kommt und sowas sagt, dann sagen die, puh, das ist doch gleich zusammen mit der Farmer, Big Farmer und so. Aber wenn eine Person kommt und sagt, ja, wisst ihr was, möglicherweise ist da was schief. Brudi. Brudi. Und das führt zu Cherrypicking. Das führt dazu, dass diese Menschen nur die Information, also diese gesamte, dem gesamten Topf der Information rausnehmen, welche für die gut ist, welche für die passt. Das passt zu uns, das nehmen wir weg, aber das alles schmeißen wir weg, weil es uns nicht passt. Und manchmal gehen sie sogar ein bisschen weiter, wenn man versucht, denen zu beweisen, dass ihre Theorie auf irgendeine Art und Weise falsch ist, sie sagen, ja, da ist doch was schief in deiner Theorie. Du hast doch was da, da fällt doch die 20% der Wahrscheinlichkeit. Bei mir, bei mir ist 100%, bei mir ist alles gut, alles perfekt. Wie kann man jedem Nachweis beweisen, dass seine Meinung falsch ist, wenn diese Person komplett daran glaubt, dass diese Meinung 100% ist, dass es nicht anders gehen kann, dass es so ist, dann natürlich du kannst mit allen Tatsachen der Welt kommen. Diese Person wird dir in die Augen gucken und sagen, du liegst falsch. Wie ihr höchstwahrscheinlich verstanden habt, bin ich kein riesiger Fan von Verschwörungstheorien. Nein, ich mag die nicht, ich glaube nicht daran, dass ich an ihn eine davon glauben werde, zumindest zeitnah. Es, für mich persönlich, ist das ein faule Weg. Das ist ein faule Weg aus verschiedenen Situationen, aus verschiedenen Lebensentwicklungen. Das ist eine faule Ideologie. Das ist einfach. Da kann man sagen, es gibt eine böse Gruppe, die genau damit sich auseinandersetzt, für mich das Leben scheiße zu machen. Die böse Gruppe ist an allem schuldig. Die böse Gruppe ist dafür verantwortlich, dass bei mir etwas schief läuft, dass da etwas schief läuft, dass da etwas schief läuft. Es ist sehr einfach. Aber dann, sich damit ausnahe zu setzen, wie Wirtschaft funktioniert, wie Politik funktioniert, wie Religion funktioniert, wie Psychologie oder Soziologie funktioniert, nein, das ist schon ein Stich kompliziert. Und das ist der Grund, das ist einer der Gründe, wieso Menschen das machen, wieso Menschen daran glauben. Es war für mich ziemlich interessant, heute darüber nachzulesen, über eine Verbindung zwischen Versperrungstheorie und diese Angst, welche ich vergesse, wie es heißt, das steht hier. Es ist irgendwie schon logisch, das ist irgendwie passend, das ist irgendwie verbunden, für mich zumindest persönlich. Ich sehe die Verbindung formuliert das so. Weil sogar die Könige hatten Angst, dass dieses normale Volk, dass sie zu dem kommen und Kopf abschneiden werden. Obwohl keine Gründe da waren. Vielleicht waren die Gründe schon, dass Menschen kommen, aber Menschen hatten keine Macht, Menschen hatten keine Möglichkeit. Trotzdem hatten Könige Angst. Und das ist irgendwie, geht für mich in die gleiche Richtung. Vor allem Verschwörungstheorien können in verschiedene Richtungen auch gehen. Es kann eine Gruppe geben. Es kann aber auch eine Gruppe geben. Eine Gruppe von einfacheren Menschen oder Menschen mit niedrigem Status. Die werden für dich kommen. Die sind dafür verantwortlich, dass dein Leben scheiße ist. Am Ende des Tages bringen Verschwörungstheorien absoluten. Und Menschen lieben absoluten. Es ist etwas, was das Leben einfacher macht. Das ist etwas, was dir Gedanken spart. Das ist etwas, was dir, das ist bei mir genauso. Absoluten sind sehr einfach, sehr angenehm, sehr kuschelig. Man muss nichts mehr machen. Man muss nicht nachdenken. Man kann einfach weiterhin dir annehmen und weiterhin damit leben. Das ist der Grund, wieso Menschen daran glauben. Weil sie kuschelig sind. Absoluten sind kuschelig. Leider. Aber das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du kannst gerne auch den Like-Button drücken. Du kannst auch den Kanal abonnieren. Und ansonsten, wir sehen uns am Montag. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.